Das ist ein Pott. Geist die auch nicht? Ach ja. Ich habe bei diesem schönen Moment mal die Aufnahme angemacht. Perfekt, geil. Oh nein. Damit sich das auch richtig lohnt. Und noch ein für das Incro. Ach ja. Hi, Kepel. Achtung, fertig machen. Ach, das ist so schlimm. Hey, Leon Machère spielt das bei Daylight? Ja, ich weiß, wer Leon Machère ist. Wer ist es denn? Antics. Ach, sag bloß. Ernsthaft, vor allen Dingen, aber auch gleich für den Bild und so, ist es halt richtig gut. Na gut, ja. Wieso nicht? Hast du nicht sofort erkannt, dass es Antics ist? Nein. Weil ich habe mich schon gefragt, weil der gute Buschbrunner neben mir letztens kam und sagte, wieso bin ich denn mit Leon Machère befreundet? Wer kennt ihn nicht mit seinen lustigen Videos auf YouTube? Aber das hat, das hat, das, ich habe gesagt, es ist doch ein Fake-Profil. Das macht überhaupt keinen Sinn, diese ganzen Daten da drin. Und da, das ist... Wir alle haben doch verschiedene Namen. Behandlung. Ja, aber gib dir mal Mühe. Wenn ich da bei dir wieder auf der Couch liege und musst dann... Und du erstellst dann wieder ein psychologisches Profil von mir. Ja. Was habe ich immer gelacht und... Ja, Mutter ist bei Hause. Yay. Yay, bei Mutti daheim. Geh los. Wehe, es ist wieder Freddy, ich habe keinen Bock drauf. Aber ich finde ihn eigentlich... Ich finde ihn eigentlich ganz okay. Wehe, es ist nicht Freddy, ne? Freddy, lauend. Nein. Freddy mich? Ja. 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 Oh, es ist Ruin drin. Urin. Oh, nee. Es ist Urin im Generator, deswegen geht er nicht. Ach so, Urin. Ja. Na dann. Nein. Na dann ist er erst mal das... Oh. Was ist das für ein Killer? Fallensteller. Oh, hier ist ein verfugtes Toten. Ich muss noch kaputt. Ja, bitte. Es macht bumm. Und alle Kühe und Häuser fallen um. Und es ist ein großer Spaß, dass wir die ganze Familie. Zum Glück bin ich gerade draußen. Ich habe es jetzt kaputt gemacht. Was mache ich jetzt? Oh, tausend. Genau, geil. Da lass ich es auch gleich mal krachen. Ich habe mein Übrigen ist ein Vergriff drin. Ich sehe dich gar nicht. Ah, jetzt. Mir geht's gut. Links neben mir im Gras vor dem Schrank liegt eine Falle. Richard, dreht doch mal rein. Das hast du doch so gut geübt. Ich mache mich mal auf den Weg. Er stellt hier eine Falle auf im großen Haus. Ja, da bin ich mitgegnet. Ja, da bin ich mitgegnet. Der ist zum großen Haus gerannt. Ich auch. Und der war halt auf der anderen Seite. Und konnte direkt durchgucken. Da hat er mich gesehen. Wir sehen. Der hier ist sehen. Er macht Gruppe-Blockade. Ups. Oh, oh, geil. Darauf stehe ich. Oh. Ist der ein Arsch? Was für eine Blockade hat er? Er blockiert mich einfach. Ich war in der Ecke und er hat mich blockiert. Oh, der ist ein Arsch. Und er hat ein... Er hat... Oh, jetzt reicht es aber. Ah, Jens Reisadler. Was? Um Himmlers Willen. Alter, es nimmt hier Züge an. Also, das ist nicht rechtens, ne? Ja, ja. Oh, Mann. Der ist aber blutig. Sorry. Wer macht denn sowas, ne? Na gut, wenn er eine Falle vor mir aufstellt, dann bekommt er ein Report. Schwein gehabt, Junge. Er baut... Ich bin auf dem Hügel. Ich sehe dich lohnt es. Ja, natürlich. Links neben dem Stein. Links neben dem Stein. Du musst also... Ziemlich, ähm, Abstand halten. Ich komme von der anderen Seite ran. Richtig, perfekt. Dann schaffst du es, ohne reinzutreten. Okay, Vorsicht. Schaffe ich. Ach, du bist ein Held. Ein Held. Das ist doch ganz klar. Du wirst dich jetzt drüben, Richard einfach rein. Ja. Komm runter zu mir. Pass auf, da ist die Falle. Ja, ja. Ach, du hast ja hier Selbsthaltung. Selbstpflege. Okay. Und das Gute ist, ich arbeite so... Oh, heil mich. Ich will Punkte abkrabbeln. Hey, das... Krabbeln, das... Jetzt schlag ich dich hier. Schlag, schlag. Na los. Schlag mit dem Mikkelfinger. Mit dem Mikkelfinger. Da hinten der Generator ist schon gemacht, den hab ich gemacht. Ja, wenigstens hast du etwas geleistet. Ist hier eine Falle? Bestimmt. Nein. Bum. Ah, er stellt eine Falle in diesen Steinkreis rein. Oh, der Generator ist. Nein, der mag den Kreis einfach. Na dann. Da wolltest du dich mal bücken und sich verneigen. Und dann kommt der Nächste. Was? Hm. Na, das war so eine ewige Kette, Junge. Alter, Jürgen Centipede, bist ein bisschen anders. Genau. Oh, das ist ein Generator. Alter. Hier ist ein Generator. Hier ist ein Generator. Ja, da wird gerade jemand gejagt, oder? Nö. Der kommt nicht ran. Der kann die Falle reinlatschen, ja. Soll ich mal zeigen, wie sedilig sein kann? Mal noch nie kaputt machen. Senile. Jetzt ist es aber gut. Ich habe die Ruin schon rausgenommen für euch. Ja, das ist Special Ruin. Das ist unsere Köpfe. Ihr pickelt euren eigenen Generator an, ne? What? Ja. Ruin. Noch ein Toten im Zicht. Das ist ein Toten. Ah! Jetzt hat er mich natürlich gesehen hier. Thank you. Thank you for choosing one. Was? Thank you very much. Ah, ne toll. Geil. Es helfer mich gleich, ja. Ah, that was close. Oh, das ist... Da ist er. Lass mich doch in Ruhe, du Arsch. Nein, 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 das sagt man nicht, du kleiner Drecksack. Lass mich doch in Ruhe, lieber Arsch. Genau, das klingt viel besser. So, jetzt lässt er mich liegen und erhol ich mich doch gleich mal. Erhol mich mich. Bist du denn die Besessenheit? Hm. Ich bin nicht besessen. Ich bin nicht besessen. Buschbohne? Ja. Möchtest du einen Medikid? Äh, warte mal, ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Okay. Wehren. Ich hab hier die Wehrmacht. Äh. Sind sowas. Ich bringe dich hin. Anhaken. Und er stellt eine Falle im Gras... Oh. Im Gras auf, vor dem einen Schrank. Der links, nehmen wir es. Ja. Günd' euch mal die nächste Kiste. Mal gucken, was da drin ist. So, was sagt Buschbohne? Da ist eine Falle. Jetzt da in dem Gras. In dem Gras vor dir. Okay. Danke ich mal. I believe I can abhauen. Ja, bitte. Hier ist null Paletten zu umwerfen. Das ist so geil. Ha. Wie bist denn du da hinten? Oh, wie weit seid ihr denn gerade? Wollen wir jetzt den Regenerator im Kreis gehen? Stein im Kreis. Vorsicht, Pfade. Ja, ja. Oh Mann, ich will die kaputt machen, verdammt nochmal. Das kann aber nicht wahr sein. Warte, jemand härtisch hier. Alter, ist das schnell. Er hat da Ringe drin. Herr der Ringe? Ja, das hab ich auch verstanden. Er hat da Ringe drin. Da kann er besonders schnell laufen. Jetzt Reich Adler. Jetzt in Herr der Ringe. Was? Das rassistisch, ne? Mach da mal ein Generator mit. Könnt's sein, dass der Anheizen drin hat? Ich halte es auch gleich an. Wieso, äh, erregt er dich? Oh, oh, er hat nicht gesehen können. Kann jemand nicht, weil die Weißbrotmann helfen? Ja, ich geh schon hin. Ich geh schon hin. Ah, geht hin. Ja, geht hin. Hast du Furtversuche gemacht? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Leggings. Leggings waren bei mir. Ja, der hat an Heiz drin. Okay, er verfolgt mich nicht mehr. Ja, das ist... Das ist so ein Müll. Ja, das geht's. Achso, ich bin mal hier so näher. Ich bin eh tot. Achso. Tja. Na dann. Lass mir den einfach verrecken. Lass mir verrecke. Ist jemand noch an einem Generator? Ich komm hier nicht weg, ohne entdeckt zu werden. Warte mal. Ich fliege auf Soraikikakarator. So, wo ist er denn jetzt? Ich hab einen, aber er ist gleich da. Ach, verdammt, nochmal. Geht das zu dir? Ja. Ja. Ich kann schauen, ich kann schauen. Wow. Toll, super. Es ist noch ein Generator am kleinen Haus. Oben auf dem Dach, da wollte ich gerade hin, ja? Nee, am kleinen Haus. Nicht auf dem großen Haus drauf, sondern am kleinen Haus. Wie oft hinkst du schon, Ektar? Zweimal. Einmal. Eine Falle hinter dem Haken. Warnowski, kannst du das machen? Ich bin an dem Generator dran, der ist zur Hälfte jetzt voll. Der kann drei Fallen tragen. Der ist aber stark. Ja, eine klemmt er sich an die Zunge, weißt du. Und der hat härte Ringe drinne. Leißer und Triff. Monströser Schweiß. Schwein. Monströser Schweiß. Ja. Ja, das ist ziemlich beschäftigt, deswegen ist es auch der Urin drauf. Ich kann ihn nicht retten, jetzt hier im Haus. Und ich bin nach Verwendung, das heißt, der Generator ist gleich fertig. Lass dir schmecken. Oh, schade. Er ist die ganze Zeit hier im Haus, ich kann ihn nicht weg. Ich bin hier gefangen. Was soll ich denn sagen? Na, du, du, du hast frische Luft da draußen. Toll. Jetzt kriege ich auch noch eine unfreibe Deck Akupunktur. Okay, Wannowski, ein Ausgang ist offen, jetzt. Und er ist gleich hier. Dann gucken wir doch mal, was die anderen machen. Ja, ich muss weg. Wo muss ich lang? Zum Kleinhaus. Und dann am, ja, dort ist er eigentlich, der Ausgang. Na gut, ich kann ja auch eine Luke finden. Habt aber. Ich glaube, ich werde sterben. Ich habe das ganz, ganz böte Gefühl, ich werde sterben. Nein, du hast einen Halloween-Koffer, der beschützt sich. Du hast eine kleine Hütte, du musst jetzt mehr da lang. Er beschützt mich vor Kürbissen. Und so ein bisschen rechts von der Hütte ist dann der Ausgang. So. Du hast ja erst mal ganz gechillt durch den Wald. Na ja, ich habe mir diesen Halloween-Koffer, der mich beschützt. Ähm. Ach du Scheiße, ich werde sterben, ich werde sterben. Oh, ruggelt es bei dir auch? Besporn noch ein bisschen, ja. Kämmt der irgendwo? Weiß ich nicht. Ich weiß es brauchen. Es braucht. Der ist hier. Herzbeben. Überleben. Ja, aber Achtung wegen Fallen, ne? Ha, ha. Mach die doch noch kaputt. Nicht im Grasverstecken, nicht im Grasverstecken. Nicht, dass da noch eine ist. Das sind noch zwei, oder? Irgendwie fühle ich mich ziemlich verarscht von mir selbst. Kann das sein? Ja. Wee. Ich spiele, ich spiele. Aber das Fallste ist, Tech of Media ist tot. Ähm. Ach so, Entschuldigung. Na, warte. Na, warte. Und so. Hä? Moment. Moment. Warum, ähm. Jetzt. Ich hab doch angenommen. Wieso bin ich denn nicht? Soll ich nochmal schicken? Das kann man doch nicht annehmen. Warte, warte. Ich kann das doch nicht annehmen. Wo ist denn mein Handy? Wie dieser wunderschöne Otto-Spruch immer, wenn du ein Geschenk kriegst, ähm, ach, das kann ich doch nicht annehmen. Ich kann doch nicht annehmen, dass das alles ist. Tja. Ähm. Ähm. Na komm. So. Die nehme ich noch mit. Das ist noch nett. Ja. Los geht's. Was? Na, gleich. Immer noch was aus. Ach, jetzt ist das anstrengend hier. Alles. 12, 12, 12, 12. 2. Und jetzt sind wir nur zu dritt? Ja. Da ist Brotmann, muss da Abendbrot essen. Nahrung? Alle Tray zusammen. Smartphone, Smartphone, hol doch doch mein Smartphone. Wie jetzt? Richard, hast du eigentlich schon ein Smartphone? Ähm, nein. Und ich werde dir auch nicht sagen, das war das wundervolle Geräusch, wenn ein Nokia fertig geladen hat. Nein. Eine Mitteilung. Oh, komm mal. So. Ist schon ein schönes Spiel. Richard eine Nachricht bekommen. Von jemanden. Kiss my ass. Auf, ich muss nicht. Mein Mitteilungsspeicher ist voll. Ich kann so nicht arbeiten. Ah, das kennt man ja. Ja. Man kann nur eine begrenzte Anzahl SMS auf dem Telefon haben. Oh. Das kenne ich auch noch. Aus meiner Jugend. Ich nicht. Mir hat niemand beschrieben. Dass du wieder deine Luftschlange hier ans Bild halten musst, Richard. Ich hab hier gar keine Luftschlange reingehauen. Auch dein fein Stinkekissen hast du reingeschmissen. Ne, das, das, das. Richard schreibt das auf seinem Handy. Hörst du das? Ja, man hört das. Hörst du nicht. Doch, doch. Man hört das. Stimmt gar nicht. Das ist, das sind, du machst wieder Geräusche mit deinem Gesicht. Mit meinem Gesicht. Mit meinem Gesicht. Ja, das sind die ganz vielen kleinen Knochen in meinem Gesicht. Die knackeln immer beim Bewegen. Ja, wenn du hämisch lächelst. Mhm. Das, ja. Was mache ich? Ich hab hämisch gelächelt. Übelst verstörend. Stell dir mal vor, es beugt sich einfach jemand ganz nah zu deinem Ohr ran und lächelt übelst. Also, magst du keine lächelnden Menschen? Es sind doch fröhliche Menschen. Das frage ich dich. Ach so. Entschuldigung. Ich hasse Menschen. So siehst du aus. Das. Oh, das haben wir einen schönen Spawnpunkt. Mach mal hoch auf die Hütte. Oh, das ist aber ein schöner Killer. Ist das euer Ernst? Leute, das ist nicht mein Ernst. Es lächelt so ein Teil. Super Lobby. Der Keller ist... Oh, bei mir ist er gerade im Haus. Ich bin nämlich gerade in diesem großen Haus, aber da durchsucht er gerade Schränke. Er pocht Äxte, um seine Keltensäge zu werfen. Was? Ich denke auch. Es gibt keinen anderen Grund. Also, der Keller ist im großen Haus und da suche ich gerade die Kiste. Mal schauen, was da drin ist. Das habe ich gerade gemacht. Oben ist ein Medipack drin. Und unten ist... Nein, es ist Ruin. Es ist Ruin. Es ist Ruin. Die haben alle ihren Spaß. Such das Totem. Warum rennt der denn die ganze Zeit hier ums Haus rum? Was soll denn das? Er bringt ihn ja jetzt bestimmt in den Keller. Tanatopia hat er drin. Na super. Was heißt das? Na, dass wir alle schlecht arbeiten, wenn wir verletzt, tot und neu aufgehangen sind. Ach so. Totem? Nein, kein böses Totem. Ich helfe dir mal. Was? Was wollte ich gerade machen? Ach so. Na dann bist du halt schlecht. Du Scheiße. Ohhhh. Ich bleibe im Kiste. Hallo Richard. Hallo. Wo? Ehrlich? Ja, tatsächlich. Ach darum. Darum bist du hier. Du wolltest doch tausend 400 Punkte von mir abgaben. Wo ist denn das Totem? Oh, Hallo. Hat's schon mal gesehen? Du hast ihn gesehen. Ich hab dich geschützt, Richard. Jetzt mach was draus. Ich dachte, du hast gelegene Zeit drin. Ich hab auch gelegene Zeit drin. Nee, hab ich nicht mehr. Ich hab's vor uns gerade raus gemacht. Oh, wie hast du das geschafft? Was ist denn dort oben los? Da liegt einer rum. Da lügt einer rum. Du bist ein Lüger. So, es hänge ich. I hang now. Hang down, down, Bane. Wir entspannen uns. Wir lassen die Arme und Beine hängen. Wir spüren unseren Atem im rechten, verbliebenen Bewusst. Hä? Wie hat er mich gesehen? Wie hat er mich gesehen? Das geht überhaupt nicht. Heilen. Bei mir heilst du die Wand. Achtung! Nein! Es leckt! Habt ihr das gesehen? Nee. Einfach weg. Toll. Soll ich jetzt einen Fluchtversuch machen? Na, probier's. Nee. Nee, jetzt kommt jemand. Kommand. Erholt euch mal schön, ne? Du musst erst zur Buschbohne. Ich krieg erst mal weg. Jaaa. Achtung. Sehr gut vorbeigraben. Na komm. Erkennen. Das war wunderbar. Wie ging denn das? Ich hatte doch deine Leiste voll. Jo. Ich weiß auch nicht. Deine Leiste war doch voll. Boah, scheiße. Wieso ging denn jetzt der Sound nicht an? Der Spiel ist total verpackt. Ganz ehrlich. Ja. Eben. Der Spiel bei Forrest. Oh Gott. Ah, das ist auch so eine Scheiße. Es wird Zeit, dass die 14 Tage rum sind, dass eine neue Version rauskommt. Richard, ab Montag kommt jetzt jeden Tag eine Folge Forrest raus. Und dann die letzten, am letzten Tag, am Donnerstag, kommen zwei Folgen raus. Und die zweite Folge davon ist ein Wage-Quit von mir. Und du wirst doch sehen, warum. Du hast Pickel. Ja. Der beste Grund für Rage-Quit. Scheiße, ich hab Pickel. Ich muss mit dem Spielen aufhören. Am Arsch. Richard, ich will es mit dir krabbeln. Ich will mit dir kuscheln. Grenn weg. Ich krieche. Ich krieche weg von dir. Elender. Ich kann fast deine kleinen Zehen spüren. Niemals. Vor allem arbeite ich schneller, weil du in meiner Leer bist. Toll. Wie viele Sachen mir angezeigt werden. Ich arbeite schneller, Talatopia und ich sehe noch die Augen von... Schade. Komm Matthew, renn. Oh, ich hing noch gar nicht. No, versuch! Ich... 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 Alle weg, ich hing schon mal. Achso. Ja. Das war ja ein Scheiß-Spiel. Ja. Ey, das war so verbuggt schon vom Anfang. Oh Mann. Und dann kommt noch hinzu, dass ich schlecht bin. Wieso ist dein Haltbarkeitsdatum abgelaufen? Haha. Haha. Das sagst gerade du alter Knacker. Haha. Schau mich an. Nicht muskulösen Mann und du mit deiner Brille. Du hast genau so ne Brille. Da ist das Totem. Verdammt noch mal. Das dauert nicht mehr lange. Das sitzt bei dir der Altersstraße in allen. Deine Alterserscheinungen? Ja. Das war eine richtig scheiß Runde. Ja. Wird der Killer mehr Punkte rausholen können. Ich hatte gestern ne richtig schöne Runde als Kettensägenmann. Und zwar der Backwater-Sumpf. Du kannst einmal mit der Kettensäge außen rum laufen. Ich habe einfach mal 600 Punkte allein fürs Rumrennen bekommen mit der Kettensäge. Und du bist von außen einfach lang gelaufen immer. Ja, ich bin einmal um die ganze Map gelaufen mit der Kettensäge. Sehr gut. Oh Mann. So, ich würde ja gerne mal meine Gallensteine hier ausgeben. Aber ich habe noch nicht ein passendes im Schreien gefunden. Zum Schreien. 4.000 Punkte. Oh, oh, hoppla. Zack. Ich lasse einfach mal die Aufnahmen laufen jetzt. Ja, ja. Lass laufen. Oh, jetzt brauch ich einen neuen Teppich. Oh. Oh. Ach, hier ist ja auch kein Teppich. Ich habe bloß eine Plastikplatte. Ah, auch nicht gut. Habt ihr schon alles mit Zeitungen ausgelegt? Oh, Mist. Ah. Ah. Gut gehen. Nein, ich wollte noch. Hm. Habe ich eine Abfallgrabe vergessen? Ja, aber dann haben wir doch gleich noch eine Chance. Ah. Nichts aus allem, stimmt. So, jetzt noch das Blutnetz leveln. Das Blutnetz leveln. Ja, das Blutnetz steigt nämlich im Level dann auf. Ja. Dann musst du uns beeilen. Du wirst nicht besser, aber das Blutnetz. Ja. Gut. Weil ich Gemühe gebe. Nicht wie manche andere Leute. Oh, so viele schöne Sachen. Aber nichts, was mir aktiv nützt. Oh. 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 Ah, das können wir uns doch... Das ist das Leben, ja. Das können wir doch alles... Das können wir doch gerne alles benutzen. 3.000 Punkte mehr wären nichts mit schlecht gewesen, aber. Ja, das nützt mir gar nichts. Ähm. Er wird abgeräumt. Gergly. Haha. Hier. Einmal. Einmal ein Level komplett nur durch die Punkte gemacht, ja. TCM, wir warten auf dich. Psst. Nichts kannst du. Ach, wusstet ihr, dass die die Memento Moris genervt haben? Was? Also die Opfergaben des Killers. Wie in die Fall? Die müssen jetzt... Die müssen jetzt Leute vorher aufhängen, bevor sie die dann töten. Ach, das ist aber schon lange so. Ja. Ach, das hab ich nicht gewusst. Hm. Hm. Wie lange ist denn das schon? Äh, ich bin rausgeflogen. Was? Ich bin rausgeflogen. Mann! Jetzt hab ich nur gerade eine Tuch der Bindung drin. Oh nein, bitte nicht. Nicht, der Kraft mir ja nicht du. Doch, nein. Das ist doch scheiße hier. Was soll denn das, Mann? Ähm. Das ist wahrscheinlich die Strafe dafür, dass ich letzte Runde so schlecht gespielt hab. Ja. Wir haben alle schlecht gespielt. Obwohl, bei... Doch bei dir ist es schon schlimm. Das ist schon... Wenn man schon Rang 11 ist, dann... Eben, eben. Gut, dass ich Rang 20 bin. Haha, da fällt sich nicht so auf. Du kannst immer Rage Quit machen, ohne dass du einen Rang verlierst. Ich brauch keine Angst haben, ja. Es wird ja eine richtig traurige Runde ohne Buschboden. Ja. Hm. Er wird eher fertig. Wir werden wahrscheinlich eher draufgehen. Auto auf dem Todplatz. Da tut Platz. Oh, da seh ich gleich im Angesicht. Oh, sind wir nur zu zweit? Nein, zu dritt. Zu dritt. Nein, immerhin. Geh weg. Geh weg. Ich will dich nicht. Alter. Nimm mich. Oh nein, hier ist auch die dritte Person. Es ist nur zu dritt. Egal. Weißt du ein Generator. Ich krieg hier nicht wieder vereint. Gibt's denn das? Er hat verstört drin. Und es ist der Feinsteller. Richtig. Naja. Richard ist jetzt gerade mal wieder hier. Sündenbock. Aber ich hab Niederwild drin. Was für ein Ding? Ich sehe Fallens und Totems. Ah. Hm. 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 Oh, scheiße. Das hat sie natürlich gesehen. Nein. Ich bin genau aus dem falschen Moment aus dem Schrank gecamet. Gecamet? Rettest du sie? Oh nein, du bist ein Generator. Rettest du sie? Ja. Haha. Nee, du bist angeschlafen. Ich mach. Nein, ich hab nen Pjock drin und ich will gucken wie gut ich dran bin. Oh, er ist mir auf dem Fersen. Das ist schön. Es ist wieder verpackt. Ich, ich häng fest. Am Totem. Äh. Siehst du das? Nee, ich hab mich grad gefragt wie der mich geschlagen hat. Der hat mich durchs Fenster geschlagen. Hast du nicht? Ich guckst du mir grad zu? Nein. Guck mal, guck mal kurz zu mir. Ali, das geht ja gar nicht. Du bist ja gar nicht. Ja, ja. Bei mir, ich bin festgepackt. Ich könnte mich nicht bewegen gerade. Ich auch. Das ist... Juhu. Ich hab Selbstheilung. Was war denn das für'n Sound? Bist du im Keller? Ja, bringt mich in den Keller. Ja. Er hat eine Falle, glaub ich, dort aufgestellt. So, er ist erstmal nach oben gegangen. Ja, ich seh. Ja, ich seh. Stellt mir Falle bei der Palette auf. Das heißt, wir müssen die Palette vorher umwerfen. Oh, kannst du mal weggehen? Gut. Ich muss voranstürmen. Rennen, kleine Amerikaner. Ich voran. Ich liebe dieses Perk. Achso, denn das gerade von der Scheiß, die jetzt schon da passiert ist. Nein! Was ist hier nur los? Das Spiel gibt's gar keinen Sinn. So, lass mal in die Kiste gucken, ob was drin ist, was sinnvoll ist. Aber es ist bloß ne Daschenlampe. 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 Kann der uns erstmal nicht in Ruhe lassen und uns nen Generator machen? Ja, toll. Wir werfen das. Du gehst da immer hin. Ach. Obwohl, das ist sinnlos. Ist die Frau schon jemand in seine Fallen getreten? Nee, schon nicht. Ah, sonst weiß er. Ist doch dir vorbehalten. Ja, ja, das ist ein echter Gentleman. Hm. Nein! Ah! Der Terroratist war verbuggt. Der hätte richtig laut eingeschmiert. Wie oft hing ich schon? Wenn du ein kluger Killer bist und Punkte machen willst, dann hängst du mich nicht auf und lässt mich frei wegeln. Ja, genau. Ja, komm rüber Techcraft Mania. Es pocht bei mir. Er geht jetzt in die Richtung, wo jetzt der Generator gemacht wurde. Er stellt so offensichtlich die Falle hin. Upsa. Komm, bitte einer von euch beiden retten. I'm on the way. Okay. Also er stellt sie nicht in Gras. Du musst links bei mir rum. Genau. Da ist keine Fall. Ich heil dich gleich. Ich muss dich heilen. Okay. Guck mal wie schnell das geht. Ich muss mich diskutieren gerade. Du Held. Obwohl, wenn du wachst, kannst du mich heilen. Ja. Das geht ja langsam. Siehst du die Falle dort? Siehst du die? Äh, gerade nicht. Also... Ach dort, ja. Wir sind offensichtlich, aber... Ist hier ein Generator? Ja, hier ist einer. Ja. Die hing schon dreimal. Na, super. Es wird richtig lange Runde. Ne, ne, kurze Runde. Kürzer vielleicht als gedacht. Aber er ist ziemlich schlecht, wie du siehst. Das muss ja nichts heißen bei uns. Ah, ich arbeite schneller, weil du in der Nähe bist. Hallo. Ist das zu fassen? Ich habe einen Pirk. Steam, arbeite mal. Wenn er mich aufhängt, ist er ein Noob. Ist nur Nähe? Ja. Ja, ich höre es ja. Ich höre es ja. Wie viele Generatoren brauchst du eigentlich? Eigentlich musst du zwei machen, bevor du... Mach noch einen Generator und versuch den Glück. Ich bin jetzt tot. Ich hing zum dritten Mal. Ja. Oh, dieser kleine Fähigkeitscheck, der nervt mich gerade. Obwohl ich... Ja, ich hing noch nicht. Also wenn du willst, kannst du mich retten, aber es ist... Ja. Es braucht sehr stark. Ah, ich seh ihn. Er baut jetzt irgendwo offensichtlich Fallen auf. Was? Erklär mir das. Dieses Spiel ist verbuggt. Ich fick dich. Das ist ja blöd. Das ist richtig blöd. Ich war gerade bei dir gewesen, na Mist. Aber man kann ja auch die Spiele an sich bewerten, oder? Ja, ja. Ist ein... Eins ist wenig, oder? Ja. Seine nervende Präsenz auf Stufe 3 ist ein richtig anstrengendes Blöd, aber... Oh, du hast... Hast du die gefunden, die Kiste? Ja. Das ist die beste Werkzeugkiste im Spiel. Welche? Ist das eine Lilane? Nein, das ist eine Grüne. Oh. Das ist die Grüne, die eine... Die 180 Einheiten hat. Okay. Und was kann die Lilane dann? Die Lilane hat nur 80 Einheiten und die kann nur enorm schnell die... Wie heißt das? Die... 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 Die kann nur enorm schnell die... Äh... Generatoren reparieren. Und das andere, die hat 130 Einheiten, die kann... Besonders schnell sabotieren. Aha. Ich glaub, das bringt... Ich glaub, du solltest aufhören. Oder? Oh, oh, es hängt bei mir, es hängt bei mir. Merk's. Ja, denk, der Generator... Ist gut. Naja. Wenn der Lilane ist, musst du aufhören. Die Fähigkeit checkst, sie kriegst du nicht. Aufhören. Ich probier's mal. Er könnte es jetzt... Zerstören... Und deine Falle aufstellen. Mal gucken. Ach, da ist er ja. Hallo. Erstmal zuerst... Ja. Der jagt dich nicht. Der guckt noch. Alter, das geht doch nicht. Wie konnte der das wissen? Nee, ehrlich. Das ist... Scheißrunde. Ja. Ja. Ja gut, das ist jetzt... Sterbe jetzt gleich. Ja. Arsch. Immerhin noch 15 Punkte. Ja. 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 Dann werde ich jetzt erst mit der Aufnahme beenden. Ja. Dann erst bis zum nächsten Mal. Genau. Hoffentlich wird's dann besser. Ahoi. 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 Ahoi.